Verzögerung. So, jetzt sagst du Strafen und dann geht's gleich los, ne? Ja. Das heißt, wir fahren rein. So, jetzt langsam ziehen. Langsam. So, den Druck halten und dahin fliegen wir ins Fahrrad. Das heißt, die linke Fläche ist etwas unten. Die rechte Fläche ist etwas unten. Und dann fliegen wir rein. Und so hältst du den Druck und rein. So, dann kannst du fahren lassen. Jetzt sind wir raus, da drücken. Nach vorne? Ja, nach vorne. Drücken ist natürlich nach vorne. Und jetzt dreimal ausklingen. Hier hältst du die Nase. Gelber Knopf, dreimal. Und rechts runter. Seinbruder, kehre rechts. Einleiten. Neutral nehmen, fliegen lassen. Und die Nase oben lassen. So, da hältst du die Nase fest. Weiter ziehen, nicht ziehen. So viel geben, dass die Nase nur die Position verändert, dann einleiten. So hältst du immer. Weiter hoch. Weiter, weiter hoch. So, jetzt ausrollen. Seinbruder quer runter links. So, jetzt geradeaus gehen. Einrollen, Seinbruder quer runter links. Einrollen. Neutral nehmen, fliegen lassen. Nase oben lassen. Ein bisschen ziehen, so zu verhalten die Nase. Nicht weiter ziehen, nicht weiter ziehen. So viel die Korrektur, dass die Nase etwas hochkriegt und dann muss sie es rein. Das heißt, ich muss mit meinem Bruder zurückgehen, ne? Ja. Etwas mehr Querruder. Kleine Querruder mehr links. Querruder etwas links. So, es reicht uns. Seinbruder rausgehen. Okay. Neutral. So, die Nase oben lassen. Nur noch kleine, wenn ich beinahe ziehe, nur als die Verämpelung machen. Nur die Nase etwas höher ziehen und dann wieder mit der Stöhne, wo er steht. Dass die Nase dann da halt nicht nur so gedruckt haben. Okay. Wer will die Pferlage drin lassen und die Nase nicht zu hoch ziehen. So, da halten. Weiter. Und jetzt raus, wenn sie zu steigen, muss ich den Korrektur etwas zu geben setzen. Und jetzt kommt die Nase rein. So. Querruder drinnen lassen. Nicht offen. Der Schwerrlager drinnen lassen. Querruder drinnen lassen. Nicht sonst, jetzt sind wir ja... Schrecklich gerade. Wir sind im Moment sind wir ja mit dem Baden. Das Rennen. Ja. 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 Oh, jetzt habe ich ja schon Druck noch vorgebracht. Ja, ja. Das ist ja interessant. Die kleine Gruppe. Etwas mehr Querrude geben. Ja. Und so hält es sich jetzt. Okay. Guck, die Gase hoch an. Ja. 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 Aber wir gehen gleich raus, ne? Einfach jetzt nur mal, wenn der Faden links aussieht, müssen wir den Querruder reingehen. Sonst fliegt man nicht aus der Querlage raus, sonst fliegt man sofort aus dem Bad raus, ne? Ja. Und es steigt zu Ende. So, gleich mit dem der Querruder. Links, links, links. So, rein, so weiter. Okay. Die Nase jetzt, die Position muss nur mal zu halten, ja? Dass man nicht so schnell fliegt, ne? 90 Fahrt ist ideal, in Thermik zu bleiben, für den Punkt hier, ne? Okay. Das ist zum Beispiel 90. Jetzt noch mal die Nase oben lassen. Das heißt, später diese Korrikturen brauchen, die jetzt die Turbulenz der Thermik, ja? Versuchen die Lage, die Flugzeuglaube zu ändern. Da muss man immer dagegen steuern, ne? Das in der Versuch einzufangen. Da muss man noch, das, da muss man nicht wieder haben. Ja, das ist klar, ja. So, jetzt gehen wir mal aus, dahin ist der Feldstein, geradeaus, 11 Uhr, 12 Uhr, jetzt kommt er. Gehen wir mal geradeaus, aus dem Ruder raus, jetzt gehen wir mal etwas hier, querruder links, dass es gerade ist. Dann schaust du links und rechts raus, ob die Flächenabstände, die Flächenspitzen gerade sind. Wenn nicht, dann muss dementsprechend Wehrrufen gehen. Wehrrufen. Stehst du links im Seitenruder drin? Das heißt, das Seitenruder etwas rechts, dass du gerade bist. Okay. Jetzt fliehen wir gerade. Jetzt geht es nur so nach, dass wir die Geschwindigkeit einhalten. Das heißt, du musst hier etwas die Nase höher nehmen, bis die Geschwindigkeit, und dann wieder nachholen, dass die Geschwindigkeit beiweiter. So hältst du mal hier die Nase. Abstand Horizont zur Nase, dann behalten wir auch die Geschwindigkeit bei. Und geradeaus fliegen dabei, jetzt hängt der Hexenfläche, das muss man dann so langsam ausführen. So, jetzt machen wir wieder in der Rechtskurve einleiten. Oder beide Uhr da, neutral nehmen, fliegen lassen. Aber die Nase nicht abziehen, sondern oben lassen. Nicht so weit, nicht so viel ziehen. Nur die Nase etwas ändern und dann sofort den Druck wieder rausnehmen. So weiter. Okay. Und jetzt rollen wir aus, auf die Windräder da hinten geradeaus. Genau. Jetzt suchen wir die Fahrt wieder rein zu gehen. Jetzt hängt links die Bremse, muss ich rechts quer oder gehen, damit wir unten gerade sind. Sonst komme ich ja weg, ne? Okay. So. Jetzt gehen wir links rum. Seitenruder quer oder links. Weiter halten. Jetzt lasst du den Finger da einfach kurven. Lange neben der Kante. Jetzt schreien. Also woher haben wir die Fahrt wieder sehen? Jawohl. So, jetzt roll ich mal wieder aus. Ausrollen. Geradeaus fliegen. Geschwindigkeit holen, das heißt, wenn ich zu schnell bin, etwas ziehen und dann wieder die Nadelastung drücken, damit die Geschwindigkeit noch halten. 90 Fahrt, guck mal auf dein Fahrtmesser. Also noch ein bisschen weniger. Okay, wieder rechts rum, einrollen, rechts rum, da rum. Die Nadelastung drücken und roten lassen. Nicht zu viel ziehen, das ist zu viel. Das ist zu viel gezogen, zu viel gezogen. Die Nadelastung drücken, das ist so viel, dass sie die Fahrtmesser greifen. Ja, ja. So, da unten ist die Position, siehst du hier rechts der Weg, wieder hoch kommt, die Wegekampel. Das ist der Funkmuster Flieger sehen. Das ist genau der Funkmuster unten. Genau, das ist die Wegekreuzung da. Ja. So, und jetzt rollen wir aus. Jawohl. Da fliegen wir uns auf die Position zu. Ja, okay. Okay. Vielleicht gerade nehmen. Nichts weg. So ist immer gerade, aber ein bisschen zu schnell. Das heißt, dass wir nicht zu viel ziehen. Und nicht dauern ziehen, sondern nachlassen. Wenn man nur so ein bisschen. Nur die Nase ein bisschen hoch nehmen und gleich den Drucken anlassen. Okay. Okay, rechts rum, Richtung Windregner da hinten. Die fehlen da die 12, siehst du ja. Ausrollen. 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 Unten. 4 Uhr. Ja, holen. Ausrollen. Genau. 7-7 Position. So, jetzt bereiten wir uns für die Landung vor. Das heißt, 90 Fahrt ist gut. Jetzt haben wir unseren Ange vorne links. Jetzt rollen wir ein. Seilbeurde, 4. links. Und gerade unten wieder ausrollen. Seilbeurde, 4 Uhr rechts. Ausrollen. Gerade ausrollen. Schwierigkeit. Bisschen schnell. Ja, und wieder nachholen. So, dann da halten. Dass wir die 90 Fahrt halten. So, jetzt mal die Bahn. Sehen wir ja. Ja. Dann durften wir jetzt dann... Hier, ne? Die Bahn ist links. Ach, da. Genau. Okay. Links rum. Gerade geht dann die Klappen. Wie in Regeln geht die Klappen. Ausrollen, ausrollen. Jetzt kommen wir ein bisschen runter, ne? Und die Klappen ziehen wir jetzt mal. Bis zur Hälfte erstmal. Fest reinfahren. Festhalten. Klappen. Festhalten. Festgehalten werden. Reinfahren. Ja. Fassen wir mal rein geklappen. Jawoll. Ja, das ist ja abend mit dem Umsatz. Versuchen wir auf die Bahn zurückzukommen. Dann können wir wieder etwas reinfahren. Kommt mal alleine raus. Reinfahren, reinfahren, reinfahren. Wenn man wieder dabei ist, ist es sehr unruhige Luftfahrt. Ja, ja, lass das lieber doch mal dicht machen da. Ja. Fast bis vorne hin. Super. Toll. Ja. Genau. Der hat mir das da... Man merkt tatsächlich von Flug zu Flug, merkt man tatsächlich, dass man sich daran gewöhnt. Ja. So ist es. Ja. Ja. Ja, weil die... Du hast halt die Eindrücke schon jetzt dementsprechend eingeordnet. Ja. Und verarbeiten. Und sagen, das ist jetzt unmöglich und das ist jetzt wichtig. Auf das muss ich mich konzentrieren. Und das ist ja dann später wirklich sehr verfeinert in der Ausbildung. Das ist klar. Also, ich glaube... Pass auf, wenn du rausgehst, dass die... Ich lass das mal. Das ist hochknallt, ja. Wört. So. Aus. Rein. Rein. Kostner reinlegen. Ja, sicher. So, ich geh dann, du brauchst dann noch oben die Kamera auf. Ja, ja, du kannst schon mal das so hoch, das mit Blattstarten-Vidion. Ich soll ja nochmal das da so einhaken, wurde mir ja gesagt. Der Lebo kommt da, ne, Viktor? So, lass uns ein Stück aus Eifer tun lassen. Okay. Ja, ja, ja. 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 Alles klar, Hans, geh in der Warte ab. Okay, vielen Dank schon mal. Ja, ja, ja. Wir sehen uns ja nachher noch mal. Hast du an den Füßen noch was gekriegt? Hast du an den Füßen noch was gekriegt? Ja, ja. Ja, ja. Hast du meine Landung auch gefilmt? Ja. Habe ich das gut gemacht für den Bremsklappen? Hast du das super gemacht? Ja, war ich aber nicht. Nur am Anfang. Ich hoffe, ich hoffe, man sieht halt was drauf. Weil es ist halt manchmal wirklich nur, selbst in den Augen nur den Strich zu sehen. Ja, ganz klein. Warte mal, lass mich grad noch mal kurz... Warte mal, lass mich grad noch mal kurz... Oh, die Ruhe. Genau. Kein Problem. Du fliegst mit mir da ne Runde? Oder wer? Der Dings da unten. Der ist schon unten, ne? Ab und zu ist er auch mal geklogen schon. Ja, einen Schein hat er auch. Ja, weiß ich nicht. Hat er einen Schein? Na ja, gut. Ich hab das ja jetzt gelernt, ne? Zumindest fliegt er seit 40 Jahren.